Hallo, hier ist mal wieder der Tom Barkal. Einige kennen mich vielleicht aus der RTL-Serie Alles, was zählt. Ich grüße meinen Lieblingsverein SV Wüsten und natürlich meinen speziellen Freund Pablo. Ich bin ja so was, glaube ich, wie so ein Maskottchen für euch geworden. Kann das sein? Aber wie gesagt, ich finde euch riesig. Und ja, fast, die Saison ist fast am Ende. Und zweite Platz. Sensationell. Und vielleicht Aufstieg in die Kreisliga A. Das wäre natürlich sensationell. Dafür wünsche ich euch viel Glück. Und ja, wenn die Aufstiegsfeier ist, wer ist dabei? Der Tom. Ich wünsche euch alles Gute. Pablo, tritt alle in den Arsch, dass ihr das schafft. Und dann feiern wir geil. Macht's gut. Euer Tom.